Vier Tage lang heißt es für rund 700 Gladbacher Kinder und Jugendliche mit Mehrfachbehinderungen eine Welt jenseits ihrer täglichen Einschränkungen kennenzulernen. Fühlen, riechen, schmecken, hören, sehen. Auf dem Backeshof-Fest gehen die kleinen Besucher auf eine Entdeckungsreise, die alle Sinne fordert. Es ist einfach speziell für diese Menschen vorgesehen und wird ja auch sehr gut besucht, kommt gut an. Und ja, es geht vor allen Dingen um den Spaßfaktor. Es geht jetzt hier nicht um irgendwelche sportlichen Leistungen. Es geht darum, dass sie ganz viel Spaß haben. Wegen Sicherheitsvorschriften ist das Backeshof-Fest in diesem Jahr in die Kran-Donk-Halle umgezogen. Obwohl der organisatorische Aufwand größer ist, bietet die neue Umgebung den zehn ausrichtenden Schulen vor allem mehr Platz, um ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Obwohl der sportliche Charakter der Veranstaltung nicht wegzudenken ist, sorgt vor allem der Erlebnisteil für große Augen und freudiges Lachen. Neben einer Tanztruppe der Hefata-Stiftung können vor allem die Themenräume das Interesse der kleinen Entdecker weg. Also es ist natürlich hilfreich. Also alle Wahrnehmungssachen kann man auch unter therapeutischen Gesichtspunkten sehen. Dann denke ich, sind diese vielen Kontakte, die die Kinder hier auch finden. Es sind ja einfach immer viele Kinder und Jugendliche hier. Das ist schön, andere Menschen kennenzulernen, auch andere Betreuer und Lehrer. Also es ist einfach so ein ganz vielseitiges Programm. Einfach sehr schön. Integration statt Ausgrenzung. Unter diesem Motto wird das Backeshof-Fest auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Dienst für ein toleranteres Beisammensein von Behinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen in der Stadt leisten. Musik 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 Vielen Dank.